hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei wir haben einmal den onkel dabei ja hallo schlaufen den gamerschick lp ja dann haben wir den dynamo man ja hallo und dann haben wir den noxie unter hoch und der erste der zeilig bei erheilig genau das ist ja 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 wir reden ja gerade halb verwirrt durch den wald hier den dino land hier und zu der höhle und ich bin gespannt ja ich war ja selber auch noch nicht drin und jetzt ist alles bei mir ganz neu auf 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 episch ich freue mich so das muss ich immer wieder erwähnen und es sieht so scharf aus ja was mir hier ganz komisch beziehungsweise spanisch vorkommt ich sind hier kaum genus ja die sind schon alle getötet worden von das kann gut sein ist irgendwas in der nähe ich gar nix ist hier irgendeine base in der nähe noch naja bäume sind ja auch noch da bäume wachsen ja schnell nach als die spawnzeiten von den tieren ist aber ich weiß doch wo wir erst mal angefangen haben da waren die bäume lang weg ne da war die ganze base hinterher und keine bäume mehr mit sich das die galle ist das ruhig weiter kommen neben die die muss ihr platt mal nie die ging uns bis zur höhle in der hier und dann haben wir ein problem die hatte jetzt auch kein bock mit Träumen ja komm doch ab bad 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 noch mehr, warte mal, noch mehr, jetzt kommt die Spinne, Achtung, Spinne in euch das ist keine Spinne, glaub mir ich seh, das ist keine Spinne ja, Kehlwurmall ein Tor, ein Tor so ein Gate, wahrscheinlich schon so ein Wettrennen ich wills gar nicht wissen das ist friendly feier an ja, wir können uns gegenseitig verletzen, ja, leider Leute hat einer noch grad nen Schluck zu trinken oder Wasser, ich bin absolut durstig und hab nix mehr vor mich wir sind gleich am Wasser wir sind gleich da dann fress Bären dann hast du Duquine-Gleis-Flecher oder so doch, Junge, Alter 95 Spielstunden und, ne komm ich hab doch die Wasserflasche von dir bekommen, die Gute ja, die kannst du auch da ohne auffüllen lauf weiter da hinten ist ein Raptor, komm, lauf weiter ich sag mal so, ich hab auch zwei Stück mit ja, links von uns war grad nen Kanu boah, was ist denn jetzt los? aah, Moment, jetzt muss ich ganz kurz einrödeln ja, da hilft dir die TI auch nicht ne, wenns röde röde ne, da unten sind zwei Raptoren hinterm Stein hier? gut, hier kommt so, jetzt wirds witzig wir müssen rüber auf die andere Seite ich muss jetzt erstmal zum Wasser, ich bin sonst tot ich hab schon, von dir schon Lebensenergie äh, okay, warte mal, du läufst grad in der Luft irgendwie ach so, ich renne in die Luft äh, lag äh, rubberbanding, Server hat sich aktualisiert oh nö rubber, 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 rubber elo, wiii weg ich renne in die Luft oh, ich hab keinen Saft mehr zum Rennen aah brauchst du wieder Spermidin? ja, aber wirkliche alt, strack aus, runter zum Wasser ne, ich weiß nicht, spring da bin ich schneller ne, da kriegst du Schaden boah, ichs auch Schaden, Alter pfh ich springe nur, wenn wir die schneller berg runterkommen ihr seid so cool äh, 1, 2, 3 Raptoren, das ist schon auch wirklich Latz, die weg, Junge, du hast auch den Böden der Gerechtigkeit ne, den hat Onkel Fleischpeitscher was? was auf, was, da kann die Raptoren greifen ein, oder? noch nicht Ich dachte, Onkel hatte den Vollstrecker der Unterjochten. Jetzt greifen sie alle. Boah, aber alle. Warte, schnell, zu Essage. Schnell, 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 schnell. Ja, ich bin da. Uiuiui. Ja, du musst schon stehen bleiben, wenn wir dir helfen. Was denn? Ist doch besser, wenn ich rumlaufe. Ja, aber das kenne ich nicht. Wie sie alle rennen hier. Der Reweiler, der hilft lieber mal mit. Ja, wie denn? Ich bin fast tot. Wir müssen uns eben was trinken, dann komme ich sofort. Bist du schon wieder fast tot? Was machst du denn? Ich hab irgendeine von durchgetroffen. Mich. Äh, mich nicht. Oh, weh. Mach nix. Äh, und da ist Spino. Pass auf, lag sie hinter dir. Hä? Ja, lass den doch kommen, Junge. Ich putz dich weg. Was ist er denn? Also, guck mal, der ist so verwirrt, der weiß du selbst nicht, wohin. Oh nein, das ist Spino. Oh mein Gott. Meine Rede, das sieht schwer. Wie geil der Raptor aussieht, weil ich den Ablox hab. Das kann ich das Wasser nicht auffüllen. Ja, du hast dich halb ins Wasser stellen. Ne, nicht deswegen, ich mach da rüber. Äh, Speer, dann komm, abdrucker. Ja. Okay, ich bin voll, ich hab den Raptor getötet, alles ist gut. Aufrasen, Piranhas, nicht stehen bleiben. Ja, hinter dir ist einer. Also, wir müssen durch Wasser, oder was? Ja. Einmal auf die andere Seite. Ich habe einen Dicken in der Hose. Bin drüben. Du, das haben sie ja hier auch jetzt abgestellt, ne, dass du auf dem Wasser so rumhüpfst. So über Wasser, auf der Wasserauberfläche. Ah, gibt's kein Moses-Style mehr, oder was? Oder Jesus-Style? Du bist auch so Jesus-Style. Wieso kannst du nicht über Wasser laufen, ne? Doch, nur über Filzen. Der hat einen unsere Tore zerstört, keine Ahnung. Warum macht der das? Der hat das Rennen sabotiert. Mal drüben, Tote. Komm und weiter. Ey, ach nee, das ist ein Pachi, ne? Habt ihr eure Wasserleitung aufgefüllt? Ja. Also Wassergedöns? Ja. Ja. Die Wasserleitung aufgefüllt, ist das geil. Ich hab mich erschreckt. Ja, der hat unser Vakuum. Onkel, fick den mal von hinten. Ne, der dreht jetzt nicht um, der knallt. Weil, pass auf, der Onkel nimmt das nur wörtlich. Der macht das ja gleich auch. Hallo. Alles klar. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Irgendjemand hab ich getrafen. Lasst euch nicht pieksen, sonst werdet ihr gleich schlafen. Oh, kurz Wasser? Hör ihr schon was hier ohne Sinn? Boah, ist das krass. Alter, ich hab ein Pfeil in mir. Ja, das war ich, sorry. Ich hab keinen Schaden. Na, Tauenspfeiler. Ist aber auch geil, wie wir hier alle am Strand und so rumlaufen. Sieht echt geil aus. Naja, so ein ganzer Tribe halt. Und genau wäre das mit unserem Base wahrscheinlich komplett geradet. Alles hat getötet, was grad da ist. Außer die Dinos, die sind ja im Käfig. Ja, vor allem da die Rekord. Und wie wir versuchen, wie die Doven über den Hügel drüber zu kommen, was nicht klappt. Ich bin keiner außen rum. Die Dynamo ist hier gerade schlau. Doch, ich bin außen rum. Das ist so typisch. Einer springt, geht nicht. Und alle versuchen es auch. Oh, das ist so herrlich. Einer will der King sein. Ja, der König. Ja, und trotzdem bin ich es immer. Kingkartel. Siebelzeitiger. Was? Ja. Level 30. Ach, gleich, die Exo. Gut weg. So, schön. Alter, von uns wird auch alles gepikst. Wir rennen ja mit den riesigen Zahnstochern durch die Gegend und piksen alles um hier. Wahnsinn. Ihr dürft nicht vorwenden. Das stimmt. Ich würde sogar fast sagen, dass wir jetzt normal laufen, ohne zu sprinten, weil dann haben wir nicht dauernd Durst. Ja, wir sind eh gleich da. Ja, dann lauft er mal normal. Scheiße, jetzt muss ich mich mal... Ich muss nämlich mal eine erste Flasche schon kühlen. Warte, ist das Bino. Ne, Rex. Ne, Rex. Oh. Hat jemand ein Glas? Ne. Doch, ich habe eins. Warte. Entschuldigung, fragst du mal. Der ist bestimmt episch, wenn der uns jagt. T-Rex! Oh, Level 80. Was? Level 80. Level 80. Geh mal aus rum, hör. Scheiße, wir müssen da rot. Ja, warte, warte, warte. Ich brauch wieder mein GWS. Oh, meine Brüste. Aufpasst im Arsch. Hm, einer kann den ja wegjagen. Oh, Achtung, hinter euch! Der ist schon gepeilt, da wird schon gepeilt. Der ist schon gepeilt, da wird schon gepeilt. Der ist schon gepeilt. Ja, der ist 48. Das war kein Ding, der ist weg. Ne, äh, meine Rüstung hat auch gut was weg. Weil der T-Rex hat jetzt noch die Schöne, er ist jetzt schön angeguckt, oder? Ja, kommt mal, mir hin, naja. Ich kann nicht hier hoch. Ich hab's hier irgendwie hoch. Nee, hier hoch. Ich hab's hier irgendwie hoch. Häh. Häh. Muss quasi hoch und links. Häh. Ich bin jetzt sozusagen... Rivanu? Er spielt jetzt hier oben. Ja, ja, genau, hier. Nein. Oh, Raptor. Wo ist der Onkel? Ja, der Onkel, der Onkel hat fast, aber er ist weiter zu rechts gegangen, zu weit. Ah, ja, das ist nicht so schlimm. Und so ganz nah am T-Rex vorbei. Er wollte ihn doch mal vom Nahen sehen, wenn er die Beute zerfetzt. Da ist Onkel. Und da ist Skorpion. Aber was sind das jetzt hier für Hieroglyphen hier auf dem Bild, ey? Onkel, Onkel, hinter dir. Bin da. Vorsicht. Das Skorpion ist ein bisschen... Ach, egal, weiterkommen. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Mach da oben. Alter, hab ich jetzt hier komische... Rivanu. Ich hab jetzt hier komische Hieroglyphen auf dem Bild. Ach, du bist schon... War schon zu weit. Ja. Ich warte. Ich schlaufe dir. Äh, ich laufe noch an der Welt. Uäh, au. Ach, da drüben seid ihr. Ja, ja. Au, au. Oh, klappt's. Ja, ich bin wieder auf dem Weg. Papa, 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 Papa. Genas? Da ist Dynamo. Da ist Dynamo. Dynamo. Es ist... Da ist Rivanu. Da ist Rivanu. Onkel. Da, er... Nox, hier das mal fallen lassen. Stimmt, können wir eigentlich mal machen. Weißt du, das ist immer Hänsel und Greta, damit du den Rückweg finden, da lass ich so mal ein Brotkrumm. Wir können jetzt gerade gerufen. Wir haben noch den Beuch auch gerufen. Ja, ja, ja. Wir haben noch das eine positive, wir, äh... Wir können den Geruch dann noch nachgeben, wenn wir zu überhin scheißen. Ha, 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 ha. Natürlich, meine Damen und Herren, wie es gerade ruckelt. Ja, aber die auch extrem. Oder... Partido aus deinem Verloren. Boah. So, eigentlich nicht. Meine ist fest. Ja, nur mal. Wo rennt ihr denn hin? Ich fahre hier auch mal den Berg wieder runter. Ich bin bei Estet. Estet ist Navi-Man. Das ist ein Navijader. Boah. Das ist ein Navijader. Wo? Na? Du musst schon mit uns reden. Du hast das Navi. Ja, wenn ihr alle durcheinander sprecht, dann kann ich nichts dafür. War doch gerade alle ruhig. Nee. Jeder hat irgendeinen Satz gesagt, ich habe keine Ahnung, wer was gesagt hat. Sei doch nicht so aggressiv, Leute. Ist doch alles ungesprochen worden. Da ist doch alles ungesprochen worden. Wollte an die Brust kommen. Ich bin nicht aggressiv. Ich raste aus. Alter, auch wenn du aggressiv klingst, klingst du irgendwie wie Mickey Maus. Boah, Rewano, Rewano, ich wüsste, du bist ein richtiger Hippie. Nochmal irgendwas, irgendwas sagt gegen den anderen. Oder so mal aus Spaß, du sagst, ey, du musst über Leise reden oder so. Was sei denn nicht so aggressiv? Das ist total unsozial und so. Weißt du? Da musst du Leise reden. Vor zwei Wochen hat er noch übersteuert bis zum Anschlag. Hallo. Da du es total in Arsch. Ja, genau so war das. Da hat er uns total fertig gemacht mit seinem Ton. Ach, da ist es. Und jetzt bin ich ganz cool und leise. Nee, ich bin nicht leise. Ach, da ist es. Ich bin einfach nur fließend. Hey, seid mal ruhig. Kinders, wenn nicht gut. Kommt der hier runter? Ja, ja, wir kommen. Nee, da ist das Computer da oben. Nee, ähm, da unten, könnt ihr schon sehen, da ist der Eingang der Cave. Ui. Der Höhle. Ach, doch, ne eben. Herzlich willkommen in der Vulkan Cave. Die Vulkan Cave? Ja, das ist sie. Das ist sie mit Lava, wo ich, äh... Perfekt bin. Okay, warte mal, Leute, warte mal, Leute. Nicht einfach reinrennen. Kommt, das müssen wir doch genießen in diesem Moment. Oh, das ist geil. Alles sammeln hier. Jetzt nicht einfach drauf löst, stürmen, das ist ja auch so, sonst sind Leute. Noch mal eine andere Frage, ist da Wasser in der Höhle, sonst müssen wir uns noch mal vorher Wasser besorgen. Äh, nö, wenn es doch, klar, doch, 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 wenn das die ist, dann ist da doch Wasser. Naja, weil, wie gesagt, äh, Moment, meine Flasche ist halb voll nur noch. Dynamo, okay, Dynamo hat hier drei Schlafsäcke, ja gut. Ja, ist ja klar, wenn wir sterben, kann man wenigstens hier daraus. Ja, gute Idee. Ah, Tiger, ach, ne, okay, dann betreten wir uns mal die Folgenlänge. Ach, die Folge zwölf Minuten. Könnte ich auch in meinem Schlafsack spawnen? Ja, ja, laufen. Okay, warte doch mal, lass uns doch mal alle zusammen in die Höhle gehen. Ja, dann lass uns nochmal, bei mir leckts, bei mir leckts, bei mir hängst. Das ist normal, wenn du reinkommst. Ich brauche noch den Fehler und dreh mich hier. Weil die Sache ist halt, die Höhlen werden separat geladen, also das beinhaltet nochmal komplett eigene Level. Wow, ja, hier gibt's Wasser drin. Wunderschön. Okay, das ist immer schön langsam laufen. Wow, allererste Cave. Bei Tribe Wars. Ja, was ist fast gefühlt. Ne, war auch schon. Wow, Fledermäuse. Wow, fack, 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 fack. Hat einer hat einer Batman verärgert? Aber voll. Das ist doch deine Mutter. Und der hat den Torpoler, der hat den jetzt gesagt. Wow, das gibt alles außer die Fledermäuse. Alter, ich stochere hier mit meinem Zahnsteuer hier. Da hat einer seinen Brustpanzer verloren. Ja, das ist für dich dann. Oha, wer haut mich denn da wie so ein Wahnsinn? Oh, du hast mich mehr Schaden gemacht als die scheiß Lidermaus. Nühe, die ist level 76. Alter, was ist denn mit dem Mistviech? Lidermaus, du hast aber auch ein Auge dafür. Da ist was kaputtgegangen. Und meiner. Geiße, das ist super. Wow, das ist sinnlos. Ich schlag mehr euch als... Deswegen, wir brauchen eine Fronttruppe, die mit Sperren reinkommt. Der Rest mit Böhmen und so weiter. Ich habe auch den Brustpanzer verloren. Ich bin auch nackt. Ja, und ich bin geil. Ich bin absolut geil. Weg mit dir. Wir sind beides voll nackt, ey. Hat einer zufällig... Ja klar, wir haben jetzt alle noch Brustpanzer mit. Aber sagt nichts, der Dynamo-Wend hat immer coole Sachen dabei. Hast du was dabei, Dynamo? Naja. Weiß was lustig ist? Ich kann mal eine Lederrüstung craften. Man sieht ja zur Not. Was hast du jetzt da hingeworfen? Nein, habe ich da. Das ist Voltmeter, das ist, ne. Okay, also ich sieht aber schön... Ein paar kaputte Handschuhe. Sieht aber schon immer rechts oder links. Sieht aber auch dasselbe aus. Sieht aber schon mega... Oh, 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 spinn. Spinn. Die vergiften einen und die Sloan ein. Wenn du da reinkommst, bist du geslowed wie sonst ein Bimbo. Wow, wie die aussehen, krass. Aber die werde ich mir genussvoll bei einem normalen Schaden. Nein, Alter, sorry. Ich werde ich doch nicht hindern, nicht. Du musst hier zurückkommen. Er hat die Hose schon aus. Er hat die Hose ausgesagt. Wir sind zu viele hier. Jetzt sinkt das Niveau endgültig. Irgendwer hat hier schon die Hosen aus. Ich habe die Hände. Die Frau, die Frau. Die Frau hat die Hosen. Alter, und die ist ein Ferkel, die Frau. Die lässt erst mal eine Kugel runter, ey. Warte mal, ich muss mich erst mal wieder ein bisschen aufpumpen. Mein Shirt ist schon wieder kaputt. Ich leck mich doch nicht. Lass uns hier kurz an der Stelle mal kurz eine ganz kurze Erholungspause machen. Ich stelle jetzt am besten mal Heels hoch. Jetzt sagen wir ziehen uns jetzt alle die Hose aus. Wer hat denn Leder mit? Weißt du, was ich witzig finden würde? Hat irgendeiner von euch zufälligerweise die nötigen Ressourcen für das Medi? Nö. Nein. Alle. Das ist so gut, ich bin doch auch so ein Vieh. Ja, hier ist so keine Ruhe. Wir dürfen in den Gang nicht alle gleichzeitig angreifen. Da hätten es ganz viele Schlangen drin, also... Die Höhle ist voll, die Höhle ist voll. Wir müssen erst mal uns, glaube ich, wieder erst mal ein bisschen gesammeln und ein bisschen... Die Sache ist, wenn du rausgehst und wieder reingehst, ist alles wieder gespawnt. Ja, das war mir klar. Deswegen, äh, kompanie, oder? Hä? Warum legen? Warum schmeißst ihr hier wir Bären weg? Ich schmeiß Bären weg. Warum? Weiß ich nicht. Wir haben auch noch nie mal, du Grosso zu trinken. Er hat einer von euch, kann einer von euch einen Ofen bauen, äh, ein Dings, Lagerfeuer. Ein Ofen. Ich laufe, Bernd, jo, danke. Was haben wir denn noch hier? Nö, daran hätten wir ein Ding. Hab nichts mit. An was hätten wir denken können? Wir sind nicht so die Wanderer. Lagerfeuer. Stimmt, kann es... Ach, nee, recht. Warte, was kann man denn bauen, so? Was haben wir denn hier so? Wir brauchen Leder, dann kann ich wieder eine Rüstung machen. Ich hab auf Rüstung, wir bauen erst mal Lagerfeuer, sonst kapieren wir hier auch. Warte, ich hab Leder, ich hab hier auch noch. Was haltet ihr denn davon, wenn wir gleich längst lang laufen? Warte, ich halte das Leder mal raus, warte. Und zwar... Äh, wo stehst du? Da, nee. Hyde meinst du, oder? Da, bitteschön. Meinst du Hyde? Ja, Hyde. Achthyde hab ich, achthyde. Es ist hier, 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 hier. Hat einer von euch noch ein bisschen Fleisch mit? Ja, ich hab auch noch rohes Fleisch mit. Ja, ich hab auch noch 50 Stück, deswegen ja Lagerfeuer. Warte, äh, schick noch nicht. Was brauchen wir jetzt für das Lagerfeuer? Die Boas da vorne geben. Warte mal bitte. Nur zur Info. Ah, okay, dann machen wir die. Warte mal, Lagerfeuer, das ist eine Setsch und sowas, hat ja keine Sau mit. Achtung, Schlange! Oh, Achtung, Schlange, tot. Achtung, nächste Schlange. Ja, da kommt ich nicht so einen Schiezer in den Kopf. Du fette Anaconda. Du fette Anaconda. Ja, aber Anaconda ist cool, den hab ich letztens gesehen in den Filmen mit der, ähm, der Scheiße. Wie heißt der? Cheylo. Ja, genau, Cheylo. Warte mal, ich bin jetzt vergiftet, glaub ich. Scheiße, Leute, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem. Los, 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 los. Da kommt was Dickees auf uns zu. neben mama schulden spinnen für die mischung aus allem und ich bin auch bei 40 prozent leben dann kommt rückwärts die anderen vor mir kommt ja deswegen doch auch nichts ich brauch was zu futtern ich krieg perma damage dann musst du mal ich hatte gesagt hast du sammeln und ein bisschen ich hab doch gesammelt ich hab noch nichts mehr oder sind noch mehr und skorpion ist da müssen doch nicht so vor wenn ich bin doch gar nicht guck doch nur ich stehe hier und kann da reingucken was könnte man denn jetzt noch könnte man kann man hier abbauen kann man hier steine aber nein ich gehe mal kurz raus und gucken ob ich da irgendwann mal stein oder so was eigentlich also die nötigen bis uns für lange feuer es ich habe hier stein ja sechs stein also wir haben definitiv noch wir haben definitiv noch man wir haben wir definitiv noch zwei gänge haben wir hier noch also jetzt alle ja aber jetzt zurzeit aber recht zu links weil von hier kann man kommen und da kann man kommen jetzt sagen wir gehen rechts da ist gerade weniger los das kopium noch an was schießt denn hier auf mich ich habe keine armbust wir warten wir warten wir noch auf noxie und erholt man noch schlagerfeuer gegenstelle die namen muss auch weg ja ich versuche noch vier mal zu helfen da ist es du lockst ja was du lockst schlangen und scheiß mhm indianer jones indianer indianer oh liebe leute hammer hammergeil hammergeil endlich mal wieder was neues lockst was brauchst du noch für schlagerfeuer ich gar nichts bin auch wild am on the way am on the way oh hä stehen noch fast nur hier ne komm drin ja ich wollte den chef nur ok so du scheiß batman komm her jungen ist gleich vorbei mit dir ich bin frosty frosty mr freeze frosty was sie was ist denn da los jetzt hier so Kellogg's frusty alle geht den mal bitte der Kette und sagt was hat die denn alle geht es wieder selber oben sie sich durch das ist das Problem du bist du nicht mich hast du gepikst da Prozent 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 Wollen wir aufs ganze Fleisch wegbauen und untergelaufen weg die hat was macht ihr denn immer so warum jetzt einfach nicht zu holen ja hatte brot liebe freunde ich habe einen pfeil und bogen am start 39 pfeile ich habe nur acht holz mit scheiße draußen hast du noch ein bisschen was ich habe noch 13 rohers vielleicht ist aber das sollte man trotzdem hier noch heilen das essen ja man aufteilen genau was sonst bin ich weg in fleisch und was soll ich noch mehr mit jürgen hat ein bisschen holz mit oder soll ich noch mal hoch ja ich bringe ich habe auch noch selbst nehmen wir noch okay Warte mal wenn du wieder kommst du bist rein mit ihm rein haust dir rein Noxi das Fleischstück die Skot wer hat hier am wenigsten Leben ich glaube wo bist du weil ich bin bei ja pass auf guck mal hinder dich hingelegt nimmt das mal geil du kannst du schon machen ja also was heißt schon die kann man seit anfang an war nur ich habe das ding zufällig mit machen wir jetzt hier eine pause oder nicht ich würde sagen dass wir jetzt auch den park beenden und wir machen dann nächsten part wenn das fleisch durchgebraten ist was ist die zuschauer hat ihr sehen wie wir das fleisch braten okay dann ich war dran ja ja alles klar liebe leute ich hoffe es hat Spaß gemacht bis jetzt und dann geht es natürlich dann im nächsten paar direkt weiter hier in der Höhle wenn wir wieder alle aufgerüstet sind besucht auf jeden fall mal gamer check lp 4 minus gamers den Nero-Spielstube und beim Gamer ja hab ich gesagt Gamer ne du hast Gamer 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 hast du gesagt aber nur ein Gamer für mich sind das ja für mich sind es ja mehrere Spiele aber es passt schon stimmt ja ist ja nur Noxy erstmal ja ja passt schon auf jeden fall und der Nero-Spielstube der ist dann leider heute nicht da der ist K.O. aber da könnt ihr auch mal vorbeischauen und bei mir Revali wenn ihr Bock habt genau ja und dann würde ich sagen liebe leute bis zum nächsten mal bei ah 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 ja